Conor und das Kuchenbacken Um einen Kuchen zu backen, braucht man fast immer die Grundzutaten Mehl, Eier, Butter und Zucker Dann kann man den Kuchen zum Beispiel mit Kakao Und die Schmulzene Schokolade zu einem Schokuchen machen So geht das also mit dem Kuchenbacken Conor? Ja Das ist doch ganz einfach, ne?